Musik Endlich ist es soweit. Und mit dem Frühjahr hat auch die Schneeräumung an der Timmelsjoch-Hochalpenstraße begonnen. Wobei der Begriff Frühling in Anbetracht der Schneemengen auf der rund 2500 Meter hochgelegenen Passstraße relativ erscheint. Die Fahrt über das Timmelsjoch gilt als eine der sprichwörtlich schönsten Erfahrungen, die Tirol zu bieten hat. Und so sind die Räumungsarbeiten auf dem Pötztaler Tor Richtung Süden bereits seit Wochen voll im Gange. Musik Wir sind mittendrin in den Fräs- und Räumungsarbeiten. Haben also quasi nach Ostern gleich begonnen. Sind mit drei Fräsen unterwegs Richtung Südtirol, Richtung Italien. Wir haben schon die Grenze überschritten, also über zwei, fünf sind wir schon drüber. Und helfen jetzt den Italienern auf der italienischen Seite, auf der Südtiroler Seite, die Tunnels freizumachen. Musik Also die Räumung haben wir jetzt sehr vereinfacht durch modernste Technik, GPS-Technik. Wir wissen also ganz genau, wo die Straße jetzt verläuft. Theoretisch braucht man also gar keine Schneestangen mehr. Hat uns sehr geholfen beim Räumen, weil man eben genau auf zehn Zentimeter genau weiß, wo die Straße ist. Der Fräsaufwand ist also dadurch geringer geworden. Und wir waren also gleich schnell wie andere Jahre, obwohl so ein strenger Winter war und sehr viel Schnee am Timmelsjoch. Musik Musik Wir bemühen uns natürlich möglichst früh aufzumachen. Also geplant wäre eigentlich der 24. Mai. Das ist so jetzt ein Datum. Es kann eine Woche früher sein, aber eine Woche später. Der besondere Reiz daran ist, dass man auf eine Höhe von 2500 Meter quasi die Alpen überqueren kann. Auf dem Weg, Achse, sag ich jetzt einmal, Stuttgart, München, ist das eine super Alternative zum Brenner- oder Rechenpass, an den Gardasee zu gelangen oder an die Küste Adria oder so. Oder auch ans Maranerbecken, was ja sehr attraktiv ist. Musik 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 Vielen Dank.